James Bond meldet sich zurück mit Spectre. Neue Mission für den Geheimagenten ihrer Majestät und königliches Publikum beim Start des 24. Bond-Films in London. Zum vierten Mal spielt Daniel Craig 007, den Mann mit der Lizenz zum Töten. Für Sam Mendes ist es die zweite Regie eines Bond-Films. Dieses Mal ist es mehr alte Schule mit Glamour und Extravaganz, scharfsinniger und unheilvoller und trotzdem aktuell. Für Daniel Craig soll es die letzte Bond-Rolle sein. Als Schauspieler muss man die Rolle so spielen, wie man sie versteht. Ich hoffe, wer auch immer sie nach mir spielt, macht es gut und macht den Film so gut er kann. Bonds weibliche Geheimwaffen kommen diesmal mit Lea Seydoux und Monica Bellucci aus sehr unterschiedlichen Generationen. Also ich muss zugeben, ich war sehr eingeschüchtert, denn ich war ein Riesen-Fan von Daniel und von Sam Mendes und all den Schauspielern in dem Film. Aber ich bin sehr glücklich. Das ist ein Riesengeschenk, das ich da bekommen habe. Als ich Sam Mendes traf, suchte er tatsächlich nach einer Reifenfrau, einer Frau mit einer dunklen Seite. Und er hat eine sehr dramatische Atmosphäre entwickelt. Christopher Walz spielt den Schurken, der Bond herausfordert. Ich stand unglaublich unter Druck, um ikonenhaft zu erscheinen. Ich habe zu Hause heimlich geübt. Das ist richtig harte Arbeit und ich bin nicht sicher, ob es mir gelungen ist. Spectre, James Bonds Suche nach der dunklen Geheimorganisation, startet jetzt in den Kinos. The author of all your pain. Ja, es ist er남 nicht für Kinos. Das ist natürlich das Buch. Ja, ich bin hardcore. Was, Driving Kinos 구� & Yermann Bziękuję,